Komm mit mir. Lass uns Deutsch üben. ABC Deutschland sagt Danke. Was schaust du denn, Tobias? Was schaust du denn, Tobias? Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Ja, dreimal. Japan ist echt ein spannendes Land. Ja, dreimal. Japan ist echt ein spannendes Land. Man kann da so viel sehen und machen. Man kann da so viel sehen und machen. Alles ist sehr anders als hier. Alles ist sehr anders als hier. Mein Mann und ich wollten immer zusammen nach Japan. Mein Mann und ich wollten immer zusammen nach Japan. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Allein? Allein? Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ja, das ist vielleicht einfacher. Die haben Unterkünfte im Angebot, die nicht so viel kosten. Ich kenne ein gutes Reisebüro. Die haben auch Unterkünfte im Angebot, die nicht so viel kosten. Ja, das ist vielleicht Nähoee mit einer Gruppe. Das ist vielleicht gerade für sie officeend nicht so viel kosten. surprised to see it Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. 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 Ach ja, ach ja, ach ja, in Japan gibt es tolle Pensionen, die gar nicht teuer sind. Dort kann man auch super gut essen. Wenn du möchtest, können wir mal zusammen ins Reisebüro gehen. Sehr gern, das ist lieb von dir. Sehr gern, das ist lieb von dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Sei Teil dieses Teams. Abonniere meinen Kanal und lass dein Like da. ABC Deutschland sagt Danke. 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 Danke.